Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Auch das wieder eine wichtige Sendung, um zu begreifen, die Ausmaße der Tyrannei, auch für Neueinsteiger ist das wichtig, dass sie sich damit beschäftigen, weil zu erkennen, in welcher Lage man sich befindet, ist immer besser, weil man dann besser die Wege findet und leichter die Wege findet, wie man da herausfindet oder wie man sich auf eben solche Ereignisse vorbereiten kann, die wir alle vorausahnen, die man ja auch schon sehen kann am Horizont, wie sie sich hier uns stellen werden in der näheren Zukunft, das ist gar nicht mehr alles so weit weg, wie wir das gedacht haben Auch hier nochmal Erinnerung an die Sendung, wo wir auch über den 11.11.2018 gesprochen haben, der ist also jetzt nicht mehr so lang weg, ohne natürlich zu wissen, ob tatsächlich irgendwas geschieht, ist zu erwarten, dass da vielleicht in drei Wochen die Hölle los ist Nicht daran vergessen, das ist der 11.11. ist ein Sonntag, ein idealer Zeitpunkt, um irgendwas an den Bankgeschäftchen zu ändern, ja, es wurde da ja so vorher ausgesagt, dass man dort vielleicht eine Umstellung machen könnte Wir wissen es natürlich nicht 100 Prozent, aber besser, man bereitet sich vor und lässt vor allen Dingen nichts auf seinen Kunden in den Banken, zieht alles ab Ich meine, die Leute, die hier zuhören, die wissen das ja schon längst, aber auch die, die jetzt immer noch ihr Sparbüchlein da haben oder noch alles dort irgendwie, ja, holt das von den Banken weg Weil dort gibt es nur digitale Ziffern und Zahlen, nichts Werthaltiges, also Bargeld ist zwar auch nicht wirklich was wert, aber man kann es wenigstens dann in der Hand halten und das damit anfangen Und oder aber auch diese Mittel verwenden, um sich etwas Werthaltiges damit noch zu besorgen, solange das geht, ja, egal was es ist Und dann einfach mal sehen, was kommt Also ich meine, wir können es nicht 100 Prozentig vorhersagen, ob da was passiert, aber die Möglichkeiten zeigen darauf Ja, okay, also wer das noch nicht gehört haben sollte, die letzte Sendung, die Verhörnung des Volkes durch die Mächtigen, darf das gerne tun Wir haben das also bei allen unseren Videokanälen hochgeladen Und natürlich auch bei unserem eigenen Wegnus.tv, den wir aufbauen, Stück für Stück, mit wenig Mitteln, natürlich mit so gut wie nichts Bauen wir das auf Wir sind ja eigentlich auch werbefrei, ja, wir machen keine kommerziellen Werbegeschichtchen Wir unterstützen das ein oder andere Projekt mal und wer da Interesse hat, auch sowas mal durch uns bekannt zu machen, wenn es zu uns passt Und oder aber eben auch, sagen wir mal, unterstützenswert ist, sollte sich bei uns melden Wir freuen uns dann immer über einen entsprechenden Leistungsausgleich in Form von Spenden Ja, und das nochmal hier ein wichtiger Appell an euch Wir sind immer noch nicht mit der Kamera soweit, also wer da noch ein bisschen uns helfen kann Und auch sonst, für unsere weiteren Aktivitäten, der ist herzlich willkommen, uns etwas zuzusenden Am besten immer per Brief eingewickelt in diese Alufolie, damit das nicht so durchleuchtet werden kann Das funktioniert, das haben einige gemacht und das kommt wunderbar an Und wenn es ein größerer Betrag ist oder man auf Nummer sicher gehen will, darf das gerne also auch als Einschreiben zusenden Ich meine, die Bankspesen sind inzwischen genauso hoch und Banken wollen ja nicht, dass wir hier unterstützt werden Und haben deshalb also dem Förderverein hier sämtliche Kontoverbindungen einfach gekündigt Ja, also im Moment können wir via Bank nichts erhalten Das andere ist natürlich PayPal, kann man auch nutzen, da sind wir also auch noch drin Also ist da die Vereinigung, die kann man also da finden überall, sind da Links verbreitet Und natürlich auch durchaus hier unsere T-Shirts tragen mit unserer Bezeichnung regnispunkt.tv oder regnispunkt.net drauf Oder ich bin Mensch und keine Person Die gibt es in verschiedensten Varianten, nicht nur T-Shirts, sondern auch Kappen Wird wichtig für Regenzeit oder in der erste Schnee fällt, schützt man seinen Kopf vor dem Chemtrail-Regen Und natürlich auch die Übergangswaren, diese Jacken und so, die trage ich jetzt jeden Tag Das ist ganz wichtig, auch mit der Haube und so Das ist wunderscheinlich gut Und natürlich auch Hosen und ach, was es alles gibt Schaut mal beim lauftoff.de rein Und hier auch noch wichtig, ich zeige es nochmal in die Kamera Ist unser Sticker ganz wichtiges Mittel, um auf andere zuzugehen und zu sagen Hier, guck dir das mal an, man kann das verteilen, wenn man auf irgendwelchen Veranstaltungen sind Oder an solche Leute hier verteilen, die man kennt Oder auch aufs Auto kleben oder sonst wo Im Briefkasten machen es viele, damit der Briefkasten Der bewaffnete, unifahrt mit dem Briefkastenträger Oder Briefträger, Briefausträger Dann schon Bescheid weiß, dass das also Erkannt ist, dass er nur eine Puppe ist, die Für die Firmen arbeitet Okay, ja, das vielleicht Und Dann Steigt nochmal ein, hier Die heutige Sendung habe ich Hochgeladen bei MyWorkings.Workers.com Mit dem Titel Leben in der Diktatur Das könnt ihr einfach finden Eine rechte Maustaste auf einen der Links gehen Und dann könnt ihr das mitverfolgen In der heutigen Sendung Die Bilder sehen, die Texte und Videos und so weiter Was da alles zu finden ist Ja Leben in der Diktatur Ein Ja, eine Erkenntnis Man soll ja nicht warten, bis alles zu spät ist Sondern man darf ja schon anfangen, bevor es soweit ist Oder wenn man Spült, dass irgendetwas geschehen ist Sollte man darüber reden Und wir dürfen uns darüber im Klaren sein Dass wir schon seit langer Zeit In diktaturähnlichen Ja Systemen Leben müssen Das heißt, das ist nicht eine Erfindung von Heute oder jetzt hier vom Artikel Sondern das ist eigentlich eine Feststellung Leben in der Diktatur Das tun wir schon seit langer Zeit Die einen oder anderen haben es intensiver erlebt Als wir Aber wenn man das alles mal durchdenkt Und das wollte ich heute mal mit euch sein Wenn wir nicht tun Das durchzugehen Und auch mit aktuellen Ereignissen Zu vergleichen Festzustellen Dass das Wort Demokratie und was es da alles gibt Und Mitbestimmung Und ja, dass es alle Macht geht vom Volk aus Und all diese ganzen Geschichten Oder souverän Im Prinzip Schlagwörter sind Die dürfen natürlich Und sollen gelebt werden Also souverän kann man nicht werden Kann man auch nicht irgendwo eine Urkunde kriegen Und sagen, du bist jetzt souverän Sondern souverän Das bist du Das musst du sein Und dann bist du ein souverän Aber das heißt nicht, dass andere Das dann alles so anerkennen Und sagen Sondern es ist umzusetzen Das ist ein Kampf In dem wir uns befinden Ein kontinuierlicher Kampf Freiheit und Mitbestimmung Und Souveränität Muss jeden Tag Erkämpf stellen Eine ganz wichtige Erkenntnis Ja, in all dem Wobei Wir natürlich immer aufpassen müssen In der Situation, in der wir leben Weil wir ja in einer Diktatur leben In dem System Dass man uns deswegen nicht gleich niederschlägt Ja Wir dürfen so schlau sein Das so anzufangen Dass wir also dann auch dabei mit überleben Ja Und deshalb ist es ja wichtig Dass wir uns auch gegenseitig informieren Und deshalb so sehe ich auch mal Und auch unsere Sendung Dass wir Tipps geben Oder eben auch parallel informieren Was unsere Erkenntnisse sind Und Hilfsmittel und so weiter Die man vielleicht nutzen kann Das aufzustellen Ja, und ihr dürft und sollt und müsst mitmachen Nämlich ihr könnt eure Infos, Kommentare Anzeiten, Fragen und so weiter rein senden Unter radioatwakeness.net Da liegt schon vieles vor Und das will ich dann gerne Mit euch zusammen durchgehen Auch Diejenigen, die zuhören Die irgendwelche wichtigen Termine Angeben wollen Wir verbreiten das manchmal Wenn wir daran denken Und deshalb ist es immer wichtig Weil man kann sich Nicht alles merken Dass ihr bevor Also Ihr irgendwelche Termine habt Das mehrfach an uns nochmal zusendet Dass wir daran denken Es hat jetzt natürlich keinen Wert Einen Termin anzusagen Der erst in zwei Monaten stattfindet Das vergessen die Leute Wir machen das dann einfach Ein paar Mal vorher Vielleicht Oder einmal vorher Je nachdem Wie uns auch die Möglichkeiten Gegeben sind Ja, kommen wir mal Also auf den heutigen Text Der heutigen Sendung Leben in der Diktatur Ja Man kann hier Weil wir sind im Radio Deshalb erkläre ich das Immer mit dem Titelbild Wir können das auf dem Titelbild sehen Es geht hier natürlich Im Wesentlichen Hauptsächlich um den Bund Weil es dort eklatant Offensichtlich ist Dass wir in einer Diktatur leben Aber es ist im Prinzip In Frankreich genauso Mit dem Macron Der hat das fest in der Hand Der ist von den Rothschildbankern Eingesetzt Um das umzusetzen Was die wollen Auch in anderen Ländern Sind Goldman Sachs Vertreter Eben auch in der AfD Übrigens Wenn man hier da nochmal Auf an der Partei Schaut Auch hier in der Führungsspitze Jemand von Goldman Sachs Also man darf das immer hinterfragen Wer leitet und lenkt Diese ganzen Entitäten Die auch an Macht Entweder Macht haben Oder an Macht heran wollen Da sollte man immer ganz genau Aufpassen Wer dahinter steckt Ja und Insofern gibt es Diktatorische Verhältnisse Eigentlich überall Aber ein Bund Alias BRD Ist es besonders offensichtlich Und deswegen stützen wir uns Da auch immer drauf Weil das auch ein sehr Bedeutendes Land Oder eine bedeutende Firmenorganisation Ist hier in Europa Also direkt hier Vor unserer Nasenspitze Liegt Oder viele Die hier zuhören Die sind ja direkt betroffen Ja Wie ist das eigentlich Das Leben in der Diktatur Bis 1990 Wussten die Bewohner Der DDR Was es bedeutet Und sie erinnern sich Auch noch an diese Zeiten Vor allen Dingen die Die also in dieser Zeit Groß geworden sind Die Nachfahren Hörens natürlich nur Aus den Erzählungen Ihrer Eltern Oder Großeltern Ja und da ist Da und da gleich Hier im Artikel Ein Bild abgebildet Gefunden bei HNA.de Göttingen DDR-Grenze Bei Fluchtversuch Starben Hunderte Da wird denen Gedacht Die also Bei dem Bei dem Fluchtversuch Aus der DDR Das war ja ein Gebiet Wer es nicht mehr weiß Oder viele junge Menschen Wissen Das ist ja alles Gar nicht im Einzelnen Das war also Eine Durch eine Eine Grenze Abgetrenntes Land Wo also Stacheldraht Mauern Und Todeszonen Und Wachtürme Und Ja Militär Wenn man so will Grenzsoldaten Die also mit Schusswaffen Diese Grenze Bewachten War dort vorhanden In einer Form Wie man es eigentlich Nur erwarten würde In einem Fema Camp Oder einem Lager Draußen So war Die Leute Eingesperrt Und Konnten Nur Bedingt Dort Also Sich frei Bewegen Und hier Erinnert Eben Diese Veröffentlichung An Die Bekannten Todesfälle Nämlich 371 Menschen Starben An der DDR Grenze Ein Säugling Erstickte Sogar Im Kofferraum Eines Fahrzeuges Ich lese Daraus Auch nur Ganz kurz Was vor Ja Bis 1989 Sind also 371 Menschen Opfer Des DDR Grenzregimes Geworden Sie starben Überwiegend Bei Fluchtversuchen Eine Grenze Zwischen Lübeck Und Hof Das hat Der Forschungsverbund SED Staat Der Freien Universität Berlin In einem Auf Fünf Jahre Angelegten Projekt Ermittelt Das Kapitel Sei damit abgeschlossen Der Gerade Mal Halbes Jahr Alte Immanuel Holzhauer Aus Berlin Starb Am 2. Juli 1977 Am Grenzübergang Marienborn Der Flüchtling Erstickte Im Kofferraum Eines Fluchtfahrzeuges Heute gilt Immanuel Jüngstes Opfer Das An Der Innerdeutschen Grenze Sein Leben Lassen Musste Ja Ihr Könnt Das Da Alles Nachlesen Ich will Das Nicht Alles Im Einzelnen Vorlesen Nur nochmal Daran Erinnern Vielen Ist Das Nicht Mehr So Bewusst Man Fährt Ja Heute Da Nicht Mehr Über Eine Bewachte Grenze Sondern Fährt Einfach Da Durch Und Es Gibt Nur Noch Ein Paar Mahnmale Oder Ein Paar Eckchen Wo Man Das Sehen Kann Was Früher sich Dort Befunden Haben Muss Ansonsten Kennt Man Das Ja Ich Will Jetzt Auch Keine Sendung Über Die DDR Machen Weil Ich Bin Ja Kein DDR Bürger Bin Selbst Nicht Betroffen gewesen Ich Habe Nur In meiner eigenen Jugend Mehrfach DDR Die DDR Besucht Weil Wir Dort Verwandte Hatten Und War Auch In Berlin Und So weiter Natürlich Da Gab Es Den Korridor Auch Das Will Ich Jetzt Hier Nicht Im Einzelnen Wieder Geben Aber Mir Ist Das Eben Als Junge Ich War Noch Sehr Jung Aufgefallen Dass Es Sehr Militärisch Dazuging Und Die Haben Dann Auch Die Züge Durchsucht Und Kam Da Hinein Und Ich Hatte Eben Als Junge Damals So Ganz Kleine Plastik Spielzeuge In Panzern Und So Weiter Das War Einfach Damals Ein Schönes Spielzeug Für Mich Die Man Mir Dann Auch Teilweise Weggenommen Hat Weil Es waren Westliche Panzer Also Keine DDR Panzer Und Da Meinte Man Das Sei Also Irgendwelche Spionage Oder Glorifizierung Des Westens Und Da Hat Man Mir Also Tatsächlich Ergenommen Die ganzen Panzer Da War Ich Natürlich Schockiert Aber Nur So Als Kleine Anekdote Ja Erinnern Wir Uns Nochmal Das Individuum Also Der Einzelne Mensch Zählte In der DDR Ja Nichts Nur Das Kollektiv Es War Ein Sozialismus Der Dort Aufgebaut Wurde Oder Aufgebaut Werden Sollte Die Persönliche Freiheit Eingeschränkt Oder Beschränkt Eben Auf Das Was Die Kollektive Freiheit War Und Die War Insgesamt Durch Mauern Und Grenzen Eingeschränkt Eigentum Wurde Nicht Wirklich Respektiv Respektiert Beziehungsweise Erlaubt Bis auf Nur Weniges Also Du Konntest Dir Da Nicht Einfach Irgendwo Eine Villa Hinsetzen Eine Yacht Haben Und Mercedes Und Rolls Reuss Fahren Das War Nicht Möglich Also Kapitalistisches Denken War Dort Weder Erwünscht Dennoch Hatten Natürlich Die Leute Gewisses Eigentum Oder Bei Wir wissen ja Die waren Nicht Alle Gleich Da Drüben In Der DDR Sondern Da Gab Es Natürlich Die Funktionäre Und So Die Durften Natürlich Alle Mehr Machen Und Die Kriegten Auch einen Firmenwagen Oder Was Weiß Ich Oder Wurden Also Besonders Hofiert Und Besonders Behandelt Die Durften Auch In So Läden Einkaufen Ja Was Auch Das Es War Also Nicht Ein Gleiches Bild Bei allen Sondern Da Gab Es Natürlich Auch Diese Unterschiede Das Angebot An Produkten Lebensmittel Dienstleistungen War Beschränkt Und Durch Importkontrollen Oder Planwirtschaft Nur Bedingt Erhältlich Also Das Was Gerade Mal Produziert War Das Gab Es In den Läden Das Was Man Brauchte Musste Nicht Unbedingt Da Sein Also Das Programm War Nicht Ständig Gleich Aber Auch Das Sind Nur Merkmale Der Verdienst War Knapp Ausreichend Um Das Leben Dort Aufrecht Zu Halten Die Preise Waren Natürlich Auch Entsprechend Angepasst Auch Die Mietwohnungen Und So Waren Erschwinglich Sonst In sich Das War Also Aufeinander Abgestimmt Darf man Sagen Und Hatte Da Sicher Auch Den Ein Oder Vorteil Zu Der heutigen Situation Wobei Auch Die heutige Situation Wir Ja Gleich nochmal Betrachten Der Verdienst Also War Akzeptabel Aber Man Konnte Damit Keine Großen Sprünge Machen Die Freie Meinungs Äußerung Die Pressefreiheit War Beschränkt Beziehungsweise Nicht Vorhanden Da Konntest Nicht Einfach Ein Eigenes Blatt Da Aufmachen So Oder Hier Wie Wir Im Internet Irgendwas Veröffentlichen Was Wir Für Richtig Halten Und Was Die Öffentlichkeit Erfahren Sollte Sondern Das War Beschränkt Wenn Du Dich Da Aus dem Fenster Lehnt Ist Wurdest Du Möglicherweise Festgenommen Spitzel Waren Ja Überall Um Jeden Zu Überwachen Und Dessen Verhalten An Die Behörden Zu Melden Auch Das Habe Ich Bekommen Da In meiner eigenen Erfahrung Was Da Alles Umging Wie Die Leute Miteinander Umging Da Wurde Getuschelt Da Durfte Man Nicht Über Irgendetwas Reden Da Wurde Immer Darauf Gewarnt Vorsicht Das Lieber Nicht Und So weiter Man Durfte Auch Kein West Radio Oder West Fernsehen Schauen Obwohl Es Natürlich Viele Trotzdem Getan Haben Indem Sie einfach ihre Das wurde Genau Beobachtet Dann hatte Man Probleme Dann kam Vielleicht die Stasi Ja Eine Oder Der Rechtsweg war eingeschränkt Limitiert Eine Gegenwehr Zu Behördlichen Maßnahmen War Ja Quasi Unmöglich Gibt Es Parallelen Zu Heute Auch Deswegen Ja Auch Das Thema Ja Und Die Reisefreiheit Wie ich Es Vorhin Sachte Außerhalb Der Grenzen des Staatsgebietes War Eingeschränkt Genehmigungspflichtig Auch Wenn Man Aus dem DDR Gebiet Nach Berlin Fuhr Oder So Dann Wurde Das Auch Schon Angeschaut Also Konntest Dann Nicht Einfach Nach Ost Berlin Die Hauptstadt Der DDR Konntest Nicht Einfach So Machen Dann Wurdest Auch Beobachtet Ja Das Konnte Man Also Auch Innerhalb Des eigenen Gebietes Nicht Ohne Weiteres Uneingeschränkt Reisen Aber Vor allem Natürlich Außerhalb Des Sogenannten Staatsgebiets Der DDR War Genehmigungspflichtig Der Schwarzmarkt Blühte Im Geheimen Ist Klar Wenn Irgendwelche Dinge Fehlten Oder Leute Irgendwas Anbauten Wurde Getauscht Oder Sonst Wie Gehandelt Also Es Hat Sich Dann Einfach Menschen Sind Erfinderisch Die Versuchen Dann Einfach Lösungen zu finden Ja Und Die Gesetze Und Verordnungen Durch Die Regierung Mussten Bedingungslos Befolgt werden Sonst Folgten Drakonische Strafen Eine Gegenwehr Petitionen Oder sowas Oder Bürgerinitiativen Wie wir das Kennen Von heute Waren Nahezu Unmöglich Da wurde Man Gleich Als Dissident Gebrannt Mark Ja Und An den Grenzen Wie wir es Vorhin Eingangs Hörten Herrschte Sogar Der Schießbefehl Das heißt Man Konnte Nicht Einfach So Fliehen Ja Mal Schon Diese Situation In der Ja Die Menschen Jahrzehntelang Gefangen Waren Klingt Heute Absurd Dass es Sowas Überhaupt Gibt Muss man sich mal Vorstellen Aber Es gibt Sicherlich Noch Eine ganze Menge Mehr Und Wer Hier Zuhört Und Darf Vielleicht Noch Mehr Punkte Darf Die Auch Gerne Reinsenden Wir Können Sie Auch Gerne Ergänzen Oder Berichte Die Das Noch Besser Darstellen Dürfen Auch Gerne Hier Als Link Zugesand werden Also Es gibt Jede Menge Opfer Des Repressiven DDR Systems Vor allem Der Stasi Und Da Habe ich Jetzt Beispiel Verlinkt Was wir Auch Auf Breakness TV Veröffentlicht Haben Wo Jemand Seine Eigene Geschichte Erzählt Seine Eigene Familiäre Geschichte Mit dem Titel Stasi Opfer Aus der DDR Heute Meine Geschichte und die Ignoranz der Politik SED Diktatur Da geht Er Darauf Ein Hat Also Da Zwei Teile gemacht Ergänzung Noch Gebracht Zu Dem Ersten Video Also Für Alle Die Sich Das Mal Anhören Wollen Was Da So Geschehen Ist Sicherlich Eine Wichtige Ein Wichtiger Beitrag Ja Aber Inzwischen Und Wir Berichten Ja Auch Sehr Häufig Darüber Inzwischen Spüren Wir Gerade Die Rest Freiheiten Empfindlich Abgeschafft Weren Wir Leben Schon Wieder Mit Einem Bein In Der Diktatur Besonders Deutlich Ist Das Im Bund Halt Alias BRD Weil Dort Also Auch Die Nachfolger Der DDR Organisation Am Ruder Sind Da Kann Man Es Besonders Deutlich Spüren Aber Letztlich Ist Ja Die ganze EU Im Begriff Die Neue Große Diktatur Zu Sein Wir Reden Ja Häufiger Vom EU Faschismus Weil Die EU Ja Ein Nicht Gewählter Apparat Ist Wir Rennen Nicht Von dem Parlament Und dem EU Parlament Dass Man Wohl Wählen Darf Die Haben Aber Nichts Zu Sagen Es Sind Die Nicht Gewählten Vertreter Der Mitgliedstaaten EU Mitgliedstaaten Die Da Im EU Rat Sitzen Und Bestimmen Was Gemacht Wird Ja Das Darf Man Sich mal Vorstellen Also Wir Leben In einem Nicht Demokratischen Gebilde Ja Darf Man Nicht Vergessen Und Nochmal Zur Erinnerung Für Aller Die Die Das Erste Mal Hören Oder Vergessen Die Bundesrepublik Deutschland Die wurde 1949 Also Ja Sind Ja Vier Jahre Nach dem Nach Der Einstellung Der Kampfhandlung Nach Dem So Zweiten Welt Wurde Ja Die BRD Erst Gegründet Es gab Zwischenstufen Aber Die BRD Selbst Wurde 1949 Erst Gegründet Und zwar In diesem Berühmten Gebäude Villa Rothschild Die Wiege Der Bundesrepublik Heute Ist Die Villa Rothschild Im Königstein Im Taunus Ein Luxushotel War es Damals Nicht Das Haus Hat Eine Wechselvolle Geschichte Als Sommerpalais Des Jüdischen Bankiers Willem Karl von Rothschild Und Als Tagungsort des Parlamentarischen Rates Vor 60 Jahren Das war Damals Jetzt sind wir Schon Fast 70 Jahre Das war Artikel 2009 An dem das Fundament der Bundesrepublik Deutschland gelegt wurde Und die Frage Die sich jeder natürlich immer wieder stellen darf Ist Gab es oder hätte es nicht eigentlich einen geeigneteren Ort geben müssen um solch ein staatsähnliches Gebilde aus der Taufe zu heben als eine Villa eines ehemaligen oder die Villa eines jüdischen Bankiers Dann noch Rothschild Okay Da darf sich jeder seine Gedanken machen warum das wohl so geschehen ist und unsere Vermutung ist dass das ein signalisiert dass die Familie Rothschild ein wesentlicher Gründungsvater oder Gründungsmitglied der Bundesrepublik Deutschland gewesen ist Darf man da nachlesen Der Original Link ist zu finden hier bei welt.de Und darunter nochmal eine Abbildung wo das deutlich wird wie das eigentlich hier mit Deutschland alles abgelaufen ist Sehr schön gemacht Man kann übrigens diese Grafiken vergrößern einfach mit der rechten Baustaste einen neuen Link in einem neuen Tab öffnen damit die Grafik original groß so wie sie eigentlich ursprünglich ist weil sie im Artikel immer so ein bisschen gestaucht ist Also erinnern wir uns da nochmal ich gehe diese Grafik nochmal mit euch durch das deutsche Kaiserreich hatte existiert von 1871 bis 1918 und das ist damals ein souveränes Gebilde gewesen und wurde damals von 60 vorhandenen Volksgemeinschaften auf der Erde anerkannt dann wissen wir ja 1913 bis 1918 tobte der erste Weltkrieg der auch immer noch tobt er ist nicht beendet worden es gab danach verschiedene Stufen des Besatzungs Statutes beziehungsweise des Waffenstillstandes und das erste war man hatte den Kaiser zur Abdankung gezwungen und die Weimarer Republik entstand 1918 durch einen Parteiputsch eine Parteidiktatur der SPD wenn man so will die also der Bevölkerung dann vorgaukelte es sei ein souveräner eigener Staat gegründet worden das ist aber nicht der Fall sondern im Prinzip ist damals schon eine Firmenstruktur entstanden das heißt seit 1918 bis heute ist Deutschland oder das Gebiet des Deutschen Reiches fremd verwaltet ist also Besatzungsgebiet von Treuhand Gesellschaften beziehungsweise Firmen also keine Souveränität sondern nicht Regierungsorganisationen die das also gelenkt und geleitet haben dann wissen wir die Phase des Dritten Reiches die uns dann auch in die nächsten Kampfhandlungen gebracht hat nämlich von 1933 bis 1945 ja die also viel Entschuldigung ich musste gerade mal niesen die viel Unheil gebracht hat über die Deutschen aber natürlich auch über die anderen Völker wo große und viele Verbrechen geschehen sind die sind aber schon im ersten Weltkrieg geschehen und worunter wir jetzt in der Folge natürlich erheblich leiden müssen alle und wir die jetzt hier leben haben ja mit diesen beiden Kriegen und Kriegshandlungen nie was zu tun gehabt sondern wir sind die Nachfahren und müssen jetzt hier aus dieser Situation versuchen das Beste zu machen ja und dann wissen wir von 1946 bis 1950 wurde also da Verschiedenes in Deutschland probiert ja verschiedene Phasen der des Überlebens sind dort festzustellen und dann gab es eben diese Teilung der des eines Teils der des Reiches einmal in die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik oder DDR genannt von 1949 bis 1990 wo sie offiziell sagen wir mal sich mit der WRD fusioniert hat beigetreten ist 1949 eben wie gesagt die Gründung des westlichen alliierten Teils als Bundesrepublik Deutschland eben auch bis 1990 und jetzt gibt es im Prinzip seit 1990 die sogenannte Bundesrepublik Deutschland die aber angeblich gar nicht mehr so heißen soll sondern überwiegend Bund genannt wird aber im Schriftverkehr durchaus noch als Bundesrepublik Deutschland auftaucht auch in den Grenzschildern ich sehe das immer wenn ich hier rüberfahre steht immer noch Bundesrepublik Deutschland aber das ist umstritten inwieweit Bundesrepublik Deutschland überhaupt noch die Bezeichnung dieser Entität ist ja und das ist bis heute im Gange das heißt seit 1918 bis heute ist eigentlich das deutsche Reichsgebiet oder die Bevölkerung der Deutschen fremdverwaltet ja wir leben immer noch in der Besatzung ich meine nicht umsonst gibt es diese schwere Besatzungsmacht der US-Amerikaner der Engländer teilweise noch Franzosen hier auf dem deutschen Gebiet und lagern auch die meisten Atomwaffen außerhalb von den USA die werden hier auf deutschem Gebiet deponiert sind hier also gelagert und auch von Deutschland aus oder von deutschem Gebiet aus werden täglich hier Kampfeinsätze der US-Amerikaner oder NATO irgendwo geleitet die ganzen Drohnen Angriffe die also stattfinden im Nahen Osten Afrika und so weiter wird alles hier von deutschem Gebiet aus gelenkt und geleitet also auch da wisst ihr im Prinzip Bescheid diejenigen die hier zuhören häufiger wissen ja das alles schon aber eben auch für die neuen Zuhörer ist das immer wichtig da mal hinein zu horchen wie das eigentlich gelaufen ist ich fand diese Übersicht sehr sinnvoll und deshalb habe ich es hier mit reingebracht alles eben auf einen Blick zu sehen also im Bund wie wir es ja gesehen haben waren die Menschen auch nie wirklich frei denn bis heute sind sie unter Besatzungsstatut denn nach dem Einstellen der Kampfhandlung 1945 war das Leben auf deutschem Gebiet geprägt eben wie gesagt von Besatzung Hunger Not und Unfreiheit vor allem am Anfang und nach der Gründung der BRD in 1949 als westliche Besatzungszone in der Villa des jüdischen Bankiers Wilhelm Karl von Rothschild entwickelte sich wieder ein Leben in dem die Bewohner Freiheiten zurückerlangten und sich wieder Wohlstand entwickelte aber das ist hier auf dem niedergehenden Ast das heißt hier geht die Kurve seit langem schon wieder herunter und ihr wisst als der Mars hier noch zuständig war als Innenminister in Deutschland sind mehr als 6000 YouTube Videos aufgrund der aktuellen Gesetzgebung gesperrt außerdem stehen über 900 Bücher auf dem Index dadurch hat Deutschland im Alltempo Nordkorea abgehängt und steht weltweit auf Platz 1 beim Thema Internet Zensur und jetzt alle eine Zensur findet nicht statt Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland damals von den Alliierten genehmigt und auf das wir uns eigentlich das Basis Grundgesetz immer beziehen dürfen ja also nun nach beinahe 70 Jahren nämlich das wird das sein im nächsten Jahr 2019 ist es also 70 Jahre erleben wir alle eine Rückentwicklung in ein repressives fremdbestimmtes Leben das an die dunklen Zeiten früherer Diktaturen erinnert wir sehen darunter eine Abbildung von der Angela Merkel als sie noch bei der FDJ tätig war als Leitungsmitglied und bis 1984 FDJ Sekretärin für Agitation und Propaganda gewesen ist in der DDR und man kann das hier nachlesen es gibt einen Link den ihr öffnen könnt bei eusner.blogspot.com die FDJ Funktionärin Angela Kasner wie sie damals hieß feiert gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Staatsrats Egon Krenz dem Mitglied des Politbüros des ZK der SED für Sicherheitsfragen und dem zweiten Mann nach Erich Honecker mit dem Mitglied des Politbüros des ZK der SED Günter Schabowski und dem ersten Sekretär des Zentralrats der FDJ und Mitglied des ZK Zentralkomitee der SED Eberhard Aurich auf der Tribüne am Samstag den 20. Juni 1987 begeisterter FDJ Treff auf dem Rosa Luxemburg Platz titelt das Neue Deutschland am 22. Juni 1987 die war in einer Kaderfunktion in der DDR bevor es dort eine Öffnung zum Westen gab und wir wissen ja auch sie ist vermutlich eine Stasi Agentin gewesen ich will das ja auch nicht vorlesen ihr könnt das nachschauen nur darf man sich die Frage stellen wie kann so jemand inzwischen so lange Zeit ohne dass irgendwas geschieht eine Demokratie leiten ja oder jemand der das erstens gar nicht gelernt hat in seiner Zeit und eher genau das umgekehrte gemacht hat damals nämlich in einer Diktatur tätig gewesen ist also im Vergleich zu DDR Zeiten haben wir wieder Leute an der Macht die ihre Ausbildung und Prägung in der DDR erhielten sie ist ja nicht die einzige weiß gar nicht ich habe leider keine Übersicht gefunden wer alles von da stammt mit welchen Funktionen das da überall gemacht wurde wenn das einer vielleicht aufgearbeitet hat wir sind froh wenn wir das bekommen können von euch dann können wir das auch noch als Link hinzugeben für 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 alle ja jedenfalls also sind da Leute an der Macht jetzt hier in dem Bund oder an der BRD die ihre Ausbildung und Prägung in der DDR zu Diktaturzeiten erhielten und nun so scheint es Stasi ähnliche Verhältnisse geschaffen haben die das Leben im Bund schwer belasten wie können wir das feststellen und schauen wir uns die politischen Entwicklungen und die Regierungspolitik der letzten Zeit einfach mal an erstens die GroKo ist wie eine Einheitspartei ähnlich wie zu DDR Zeiten auch nur eine Partei der Regierung die Regierung stellte nämlich damals war es die SED ist die GroKo jetzt das Pendant dazu Entschuldigung die Meinungs- und Pressefreiheit wird derzeit erheblich beschränkt wie es vorhin auch schon kurz erwähnt wurde die Preisspirale hat neue Höhen erreicht die Einkommensmöglichkeiten sind schwieriger geworden es laufen Programme zur Einschränkung des Individualverkehrs nämlich Dieselverbote hohe Spritpreise es sind da auch wieder neue Erhöhungen angekündigt von Rot-Rot-Grün da kommen wir gleich dazu hohe Neuwagenpreise Förderung von limitierten teuren Elektrofahrzeugen dann auch die Enteignung des Volksvermögens Privatisierung ohne Volksbefragung das heißt sämtliche Volksvermögenswerte wie wie wir alle wissen sind privatisiert worden sind beziehungsweise sollen privatisiert werden das ist eine quasi Enteignung und uns oder dem Volk kommt ja nichts davon zugute gegen das höchstens noch mehr dafür bezahlen denken wir an die Autobahngebühren die jetzt auch noch irgendwann umgesetzt werden sollen dann die Militarisierung der Polizei die also jetzt alle aussehen wie Dark Bader schon und auch Häuserkampf und ja Aufstandsbekämpfung üben in Schnörgersburg glaube ich heißt es das ist dieses milliardenschwere Übungsgelände der Bundeswehr wo aber auch andere NATO-Truppen üben können und natürlich die Polizei auch inzwischen solche Aufstandsbekämpfungsübungen sogar teilweise zusammen mit dem Militär macht viele werden ja auch von dem von dem israelischen Militär ausgebildet und so also ungeheuerlich dann Ablehnung von Volksbefragung das wird also absolut hier auf dem deutschen Gebiet untersagt Politik Mitbestimmung ist eigentlich auch weg dadurch dass man delegiert an irgendwelche Parteien hat man selber keine Einflussnahme mehr und Petitionen die also einfach auch nicht zugelassen werden kommen da gleich nochmal dazu ein und die regierungsgesteuerte Justiz die Auflösung der Gewaltenteilung durch neue Polizeigesetze wo die Polizei alle Macht kriegt die sonst nur Richtern oder sonst wie zustehen oder auch die bekannte Abhängigkeit der weisungsgebundenen Staatsanwälte oder Richter von der Politik dann keine Möglichkeiten gegen Amtsbehörden Polizeiwillkür vorzugehen also geh mal vor Gericht und zeig mal einen an du kriegst ein Aktenzeichen und dann wird es eingestellt das ist so dann Ausgrenzung und Verfolgung von Andersdenken wir wissen diese Einführung der Reichsbürger Geschichten des Märchens was da also propagiert wird und die Maßnahmen die gegen die Leute vorgenommen werden die als Reichsbürger bezeichnet werden obwohl sie es gar nicht sind oder auch nicht von sich selbst behauptet haben und jetzt ganz neu der Bevölkerungsaustausch der international koordiniert ist ohne Möglichkeit für die Urbevölkerung dagegen zu stimmen oder irgendwie Einfluss zu nehmen und vieles mehr ich da könnte man noch viele Punkte finden die man noch hinzufügen kann das ist mir klar darunter ein Beispiel wie ich es eben gerade erwähnt habe Petitionsausschuss des Bundestages löscht Petitionen zum Migrationspakt das kam hier bei journalistenwatch.com ungeheuerlich das ist ja die Methode die einem angeboten wird hier also seine seine kritische Stimme anzubringen das wurde beim Petitionsausschuss des Bundestages wurde diese Petition die die Unterzeichnung des Global Compact for Migration also diesen Migrationspakt der UN verhindern will von seinen Internetseiten gelöscht beziehungsweise nicht freigeschaltet nach Angaben des AfD Bundestagsabgeordneten Hansjörg Müller ist die zuständige Verwaltung der Meinung eine veröffentlichen könnte den interkulturellen Dialog belasten ob dieser Akt der eben demokratischen Denken und der Grundidee des Petitionsausschusses des Bundestags diametral entgegensteht auf Anweisung von oben oder aus vorauseilend Gehorsam erfolgte ist zur Stunde noch unklar also das ist eine Diktatur das ist eine diktaturische Maßnahme ja das darf man so sehen ja ihr könnt das nachlesen bei dem Link ist dort verlinkt ihr seht also die Bewohner des Bund alias BRD stehen bereits mit einem Bein in der Diktatur in der DDR waren die Menschen obgleich zahlenmäßig in der Überzahl gegenüber der Regierung und den damaligen russischen Besatzern machtlos und ließen sich viele Jahrzehnte quälen bis auf einzelne Fälle die dann aber auch ordentlich darunter leiden mussten heute haben wir im Westen auch im Osten einige Jahrzehnte der relativen Freiheit genießen können wir haben noch das Internet wir können etwas unternehmen um zukünftige Diktaturen zu vermeiden warum tun wir es dann nicht wir sind aufgerufen uns gegen jegliche Einschränkungen unserer Freiheiten zu wehren unsere Interessen zu vertreten und dafür zu sorgen dass derartige diktatorische Bestrebungen im Keim zu ersticken sind nur freie Menschen werden in Freiheit leben können ja das ist der Appell den wir letztendlich auch irgendwo immer in den Sendungen mit angeben wichtig ist dass wir dazu keine zu dem Widerstand keine Waffen in die Hand nehmen müssen unsere Waffen sind die das Wort die Öffentlichkeit Sendungen und ja das das weiterverteilen dieser Informationen damit die Menschen aufwachen und wenn alle Menschen aufgewacht sind dann hat ein solches diktatorisches System keine Chancen mehr weil sie dann nur die offene Gewalt anwenden können und daher die Mehrzahl der Menschen also wesentlich höher ist als das was die einem entgegensetzen können wir haben darüber schon mal gesprochen der Anteil eben der Sicherheitskräfte dieser Diktatur sind gemessen an der Gesamtbevölkerung minimal sie können natürlich unheil anrichten mit ihren Massenvernichtungswaffen das ist auch klar aber wie wollt ihr leben versklavt in Ketten in der Diktatur oder in Freiheit und dafür eben auch mal etwas riskieren ja das war eigentlich so der die Essenz mal der heutigen Sendung ihr könnt und sollt eure Infos und Kommentare an sich und Fragen und so weiter rein sind unter radio.wakings.net das viel da wird mal schauen was ich davon noch in der Sendung mit reinnehmen kann ja es gibt hier also zum Beispiel polit online.ch Baustein und Baustein zu unserer Vereinnahmung durch UNO-Dekret sie kommt auf leisen Sohlen aber ziele sicher die Bedrohung die dem europäischen Kontinent den Gnadenschuss geben kann der UN oder UNO Migrationspakt Global Compact der einmal unterzeichnet die Migration legalisiert anstatt sie mit allen Kräften zu tilgen ja das ist eine große Gefahr ich gebe euch den Link später nochmal rein um alles nachzulesen wir können leider jetzt nicht in jede Veröffentlichung vollends einsteigen sieg 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 hunderte Afrikaner stürmen erfolgreich Grenze von Marokko aus zur Exklave Melilla zu kommen spanische Zeitungen berichten dass der Angriff auf die Grenze am Sonntag morgen stattfand und vor allem von jungen Männern aus Ländern südlich der Sahara verübt wurde da war ja auch Angela Merkel vor kurzem und hat dort eine Rundreise gemacht bei einigen afrikanischen Staaten und ja man kann sich nur vorstellen was dort geschehen ist das kam bei philosophia perennis.com bitte da nachlesen dann willenlos Merkel knickt vor Trump ein Schweizer Morgenpost kam das Merkel öffnet Deutschland für amerikanische Gaslieferungen damit knickt sie wieder einmal vor den Amerikanern ein und biedert sich an die deutsche Bundesregierung will Donald Trumps Kritik an Russlands Gaslieferungen nachgeben und Millionen in ein Flüssigerdgas Terminal investieren die soll den deutschen Energieimport diversifizieren für amerikanisches Gas öffnen und möglicherweise feindliche Aktionen gegen die Nord Stream 2 abwenden so berichtet es Wall Street Journals das schaut euch an das kam bei smopo.ch ja und weiter geht's ich springe mal ich kann nicht alles vorlesen Späßsoftwares und Bodycams sollen Polizei stärken das kam bei SWR aktuell CDU Innenminister Strobel will zur Terrorbekämpfung das Polizeigesetz verschärfen also in Richtung Diktatur ein Entwurf sieht tiefe Eingriffe in persönliche Grundrechte vor die Grünen sind nicht begeistert auch das könnt ihr nachlesen ich gebe euch die Links später rein das kam bei SWR dann Leichenteile von Jamal Khashoggi wir haben darüber gehört das war dieser Journalist der den sie in der Istanbuler Istanbuler Konsulat der von Saudi-Arabien dahin gemetzelt haben sollen was übrigens inzwischen von der saudisch arabischen Regierung zugegeben wurde dass er dort ermordet wurde angeblich wurden die Leichenteile im Garten des saudischen Konsuls in der Türkei gefunden erzählt eine zweite Quelle dem News Sender und so weiter ihr könnt das nachlesen das ist natürlich fatal weil jetzt klar ist wo die Nummer her geht also mit solchen Saudis darf man nicht zusammenarbeiten da wirst du gekillt wenn du das falsche Wort hast also wer heute noch nach Saudi-Arabien fährt der muss ja nicht mehr ganz dicht sein oder gehört dazu zum Club das kann natürlich sein der doppelte Boden im Mordfall am saudischen Journalisten Jamal Khashoggi da gab es noch eine andere Darstellung nämlich bei moneykosblog.blogspot.com ausnahmslos alle Medien weltweit berichten über den Mordfall an Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat von Istanbul der durch saudische offizielle bestialisch ermordet worden sein soll oberflächlich scheint klar zu sein wer in diesem Fall die Bösen sind es sind die Getreuen um den saudischen Kronprinz der die Ermordung angeordert haben soll immer wie dann aber wenn alle unisono über etwas berichten und in diesem Fall auch die alternativen Medien im Gleichklang mitschreiben muss man sich fragen ob die präsentierte Perspektive wirklich das Gesamtbild unversehrt unverzerrt widerspiegelt oder ob es da eine zweite Ebene geben könnte ja könnte es mal nachlesen was da seine Gedanken sind klar ich bin auch der Ansicht das ist alles ein bisschen zu glatt zu zu sehr wird dort also einseitig vielleicht berichtet bin aber selbst jetzt da auch nicht weiter ich muss mich da auch erst nochmal einlesen Angelina Jolie besucht die besucht venezolanische Flüchtlinge dpa mindcontrol gesteuerte NBO Puppe Angelina Jolie das kam bei denachrichten.jau angesichts von Hunger Gewalt und politische Unterdrückung ja seit vielen Jahren schon engagiert sich der Hollywood Star und jetzt hat Angelina Jolie ein Lager in Peru besucht ja und so weiter sollt ihr nachlesen ja Migrantenjournalisten kritisieren Bild Berichterstattung äh und zwar kam das bei jungenwerfreiheit.de die türkischstämmige Journalistin ist Vorstandsmitglied der neuen deutschen Medienmacher der sichtbare Rechtsruck wird bedenklich klein geredet so ist klar also wer sich da irgendwie auch nur negativ äußert der ist äh schon äh auf der Beobachtung äh durch diese Leute die gönnen ja auch alle zum sogenannten Deep State das darf man nicht vergessen auch noch wichtig ähm es wird immer deutlicher dass hier die Leute verarscht wurden ja nämlich die Essener Flüchtlingsbürgen sollen zahlen auch das haben wir schon vermeintlich woanders gehört also in NRW ist das so dass wenn jemand gebürgt hat für irgendwelche Flüchtlinge äh die werden zur Kasse gebeten das war vorauszusehen das sind natürlich alles Leute die von die so in irgendeiner Traumwelt leben wir nannten die auch mal Gutmenschen und so die kriegen jetzt ordentlich aufs Dach dann hier noch eine interessante Veröffentlichung ist Massenmigration gegen göttliche Rassenvielfalt brisante Aussagen eines Tempelritters auch das mal interessant zu lesen das kam bei Epoch Times ähm zu finden immer auf der Seite Wakenings.net News da sind sie immer die aktuellen Informationen drin dann will der Spahn auch wieder einer von diesen Bilderberger äh Diktatur Heini ist da im Bund der für Gesundheit jetzt äh zuständig ist und äh alles schlimmer macht als schon war Organspende ein christlicher Akt der Nächstenliebe behauptet er was nichts anderes ist als letztendlich ein Aufruf zur Organplünderung naja und äh und so weiter ja ich sehe wir kommen langsam zum Ende der heutigen Sendung doch vielleicht ein anderer Hinweis Goldpreise steigen an Vorbote des geplanten Crash Crash das haben wir ja schon gesagt äh 11.11.2018 vielleicht auch hier zum ähm zum Migrationspakt oder äh diesem ähm unseligen auf uns zukommen von Massenmigration ist hier auch nochmal das original UN-Dokument auf Deutsch zu finden wenn man das mal tiefer nachlesen will also ganz wichtig dass man da äh vorwärts geht auch ein anderer Hinweis noch auf Diktatur von der Leyen verbietet der Bundeswehr offenbar direkten Kontakt zu Abgeordneten und zu Medien die dürfen also nicht mehr frei reden wurden also vergattert und dann hier Bundeswehr Polizei trainieren Kriegsszenarien im Inneren anonyme Anzeige gegen von der Leyen äh weil die auch äh in dieser Angelegenheit verstrickt ist äh dort Beratungsunternehmen allen voran McKinsey äh engagiert zu haben äh Hunderttausende wahrscheinlich sogar Millionen an Honoraren dort vergeben hat und befremdlich einer ihrer Kinder ja ist dort auch bei McKinsey tätig da ist jetzt also ein Verdacht auf Vorteilsnahme oder Manipulation Korruption oder so gegen von der Leyen ausgesprochen worden ja ach was ich euch noch alles vorlesen könnte ihr ihr könnt euch das vorstellen es gibt so viele Informationen dass es sehr schwer ist immer alles irgendwie äh zu erfassen äh deswegen können wir gar nicht alles berichten wir versuchen die Punkte rauszugreifen die uns ähm auffallen und die auch in einem Thema zusammenzufassen sodass man auch die Zusammenhänge äh erkennen kann das heißt die Punkte verbinden kann wo man dann sieht wo der rote Faden ist und das hoffe ich äh konnten wir punkto Diktatur heute leisten natürlich bleibt immer alles in dieser Oberfläche man darf dann tiefer einsteigen die Links sind ja alle vergeben äh ich lese dann immer mit Verwunderung auch äh wenn Leute auf den Videos dann kommentieren ja äh und ihr meint jetzt im Internet äh würde nur die Wahrheit heraus äh oder geschrieben oder verkündet nein das ist nicht so äh aber wir jetzt bei Wake News versuchen immer zu allen Aussagen die wir machen sofern wir sie nicht als eine ähm eine Hochrechnung oder als eine Hypothese formulieren äh immer die Links dazu zu geben und das ist zum Beispiel etwas was man in Öffentlich-Rechtlichen nicht findet da gibt es keine Quellenengaben ja also in den seltensten Fällen ähm obwohl vielleicht das eine oder andere tatsächlich abgesichert sein mag aber dort werden die Quellen nicht genannt wir nennen unsere Quellen und das darf man dann gerne und muss man immer selber nachprüfen weil auch wir können mal falsch liegen ja in dem Sinne danke ich euch und danke euch vor allen Dingen auch wenn ihr uns unterstützt und zwar Wake News braucht eure Unterstützung damit wir als unabhängige nicht kommerzielle Medienplattformen überleben können und das wird uns auch nicht leicht gemacht wir leben auch so vom Tag in Tag hinein wenn wir was kriegen können wir damit was bezahlen wenn wir nichts kriegen liegen wir auf dem Trocknen können dann natürlich auch nicht so viel tun also wäre super wenn ihr das machen könnt die die es sich leisten können ähm oder leisten wollen und bitte schaut rein beim lauftafel.de ganz wichtig auch nochmal der Hinweis ähm es gibt diese beiden Bücher die wir der Familie gegenüber hier auch immer propagieren äh die man sich noch anschaffen darf äh eigentlich vergriffene Werke des ähm äh Siegfried Werner Munk und zwar mit dem Titel Michael gestern und morgen und die andere das andere Buch Frage an Christian Rosenkreuz und die kann man da direkt bei der Familie bestellen also ihr findet diese Angaben da unten immer in unserem in unserer Artikelbeschreibung unten bei den Links schaut da mal rein weil das sind natürlich alles äh hochinteressante Bücher ähm wir dürfen auch geistiges investieren also in geistiges investieren also in dem Sinne seitdem von Waking Radio und TV wir sehen uns vermutlich am kommenden Donnerstag oder hören uns äh wenn nichts dazwischen kommt ansonsten ja äh werde ich das versuchen das Video so schnell wie möglich euch zur Verfügung zu stellen danke euch super dass ihr da wart wenn jetzt ausgangs noch äh von äh Mozartdampfer Raider und während wir umspulen auf die Wiederholung hören wir einmal von Stimmen von Saturn also das Stück Stimmen von Saturn von Kinder des Lichts und von PMBs Lay it down und nochmal der Hinweis schaut immer mal bei Wakingest.tv rein das sind hochbrand heiße Videos die teilweise auch bald gelöscht werden äh schaut es euch an äh auch interessante Informationen über das was im Himmel vor sich geht mit der Sonne was auf dem Mond passiert auf dem Mars äh und was da alles geschehen ist also ungeheuerlich das kann man gar nicht alles berichten äh da müsst ihr mal selber äh schauen in dem Sinne selten von Wakingest Radio Wakingest TV wir hören uns bis dann ciao ciao Wakingest Radio Wakingest Radio Untertitelung. BR 2018 Insane, you make me crazy, make me crazy Insane, that's how I feel, that's how I feel Insane, you make me crazy, make me crazy Insane, that's how I feel, that's how I feel I've got it all locked, I keep the hood on smash Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020